Hallo und willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich bemühe mich regelmäßig, euch Uhrenmarken zu zeigen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt oder aber die ihr nicht so auf dem Radar hattet, wie ich sie euch gerne präsentieren möchte. Heute habe ich wieder eine Marke, von der ich glaube, dass sie genau in dieses Schema reinpasst. Und zwar handelt es sich um die deutschen Uhrenmarke Tempzion. Tempzion habe ich zum allerersten Mal kennengelernt. Das war auf der letzten Watchtime in Düsseldorf, bevor es mit Corona losging. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wusste gar nicht so hundertprozentig, was ich von dieser Marke halten sollte. Aber ich habe zwei Sachen mitgenommen von der Watchtime. Zum einen, dass Tempzion sehr große und extrem gut ablesbare Uhren baut. Sehr groß in meinem Verhältnis. Die Uhren sind in der Regel so um die 43, 42, 43 mm. Also schon keine kleinen zierlichen und auch keine Dressuhren. Das ist das eine. Und ich habe in einem Gespräch, was ich jetzt mit Herrn Ulbricht, dem Geschäftsführer von Tempzion, geführt habe, für mich mitgenommen, dass ich den Namen immer falsch ausgesprochen habe. Ich habe gedanklich immer Tempzion gesagt, irgendwie amerikanisiert oder verenglische ich vieles, was so ähnlich aussieht und sie so ähnlich liest. Aber nein, der Name lässt sich natürlich auch deutsch aussprechen mit Tempzion. Und zwar als Zusammenschluss, Zusammenführung der Worte Tempus, lateinische Zeit und Funktion. Die Uhr ist eine Funktion der Zeit, also quasi eine Tempzion. Und schon sind wir bei dem Markennamen. Der Name ist natürlich kreiert worden, als die Marke 1996 erdacht wurde. Der Geschäftsführer Ulbricht hat 1996 die Idee gehabt, würde gerne eine Marke machen und hat dann ein Brainstorming gemacht, um einen Namen zu finden, der sich sowohl Deutsch, Tempzion als auch Englisch oder Französisch aussprechen lässt. So sollten Markennamen aussehen. 1997 kam die Marke an den Markt, also ein Jahr nach der Grundidee gab es bereits erste Modelle. Und das finde ich echt beachtenswert, in einem Jahr eine Uhrenmarke aus dem Nichts zu schaffen und sich dann auch über die Jahre zu halten und ein sehr solides Fundament aufzubauen. Die Uhren fand ich außergewöhnlich bei jedem Blick darauf, ohne genau sagen zu können, was es denn jetzt ist, was die Uhren für mich so außergewöhnlich macht. Und nachdem ich mich ein wenig mehr mit Tempzion beschäftigt hatte und auch mit Herrn Ulbricht ein paar Mal gesprochen habe, sind mir viele Sachen aufgefallen, die ich jetzt benennen kann, beim ersten Blick aber wahrgenommen habe, ohne sie wirklich in Worte fassen zu können. Vieles davon basiert auf der Grundidee von Tempzion, dass die Uhr ein hochwertiges, aber dennoch grundsätzlich in allererster Linie funktionales Instrument zur Zeitanzeige sein soll. Und die ganze Designidee von Tempzion beruht auf einer Pyramide, auf der sogenannten Informationspyramide. An der Spitze der Pyramide steht das, was für die Zeitanzeige am wichtigsten ist, das ist der Stundenzeiger und der Minutenzeiger. Und diesen beiden Elementen ordnet sich alles unter, was sonst an oder auf der Uhr zu finden ist. Das bedeutet unter anderem, dass ein Datum vorhanden ist, aber die Datumsscheibe in der Farbe des Ziffernblattes ausgeführt ist, damit sie nicht aus dem Ziffernblatt heraussteht und ablenkt. Folgerichtig gibt es für das Datum auch kein Rahmen, weder gedruckt noch appliziert, sodass das Datum sich möglichst zurückhaltend in das Ziffernblatt integriert, um nicht unnötig von der Zeitanzeige abzulesen. In die gleiche Richtung geht, dass bei Codografen die Totalisatoren in aller Regel relativ schlicht, optisch relativ schlicht ausgeführt sind. Das heißt, es gibt wenig Farbakzente, es gibt keine polierten Phasen, es gibt keine Licht- und Glanzreflexe, die von der Primärfunktion der Zeitablesung ablenken könnten. Und nicht zuletzt, und das finde ich wirklich echt beachtenswert, ganz unten bei der Informationspyramide auf dem untersten, sprich unwichtigsten Level steht das Firmenlogo. Und ganz ehrlich, das Firmenlogo ist für die Zeitablesung in der Tat komplett unwichtig. Also hat sich Temp-Zion entschieden, das Logo bei matten Ziffernblättern in der Farbe des Ziffernblattes auszuführen, allerdings mit einer polierten Oberfläche, sodass das Logo nur in bestimmten Blickwinkeln und bei bestimmten Lichteinfall sichtbar ist, sich ansonsten aber nahezu unsichtbar in das Ziffernblatt integriert, um genau nicht von der Primärfunktion der Zeitablesung abzulenken. Ja, da kann man sich mal mit gutem Recht fragen, welcher Hersteller möchte sich das leisten, seinen Namen und sein Logo auf seinen eigenen Produkten so in Anführungsstrichen zu verstecken. Die Uhren selber sind groß, sie sind solide und sie sind nicht billig, aber sie sind nach meinem Dafürhalten und nach meinem ersten Blick auf die Uhren, die ich euch vorstellen werde, ihren Preis wert. Es gibt so viele Details und Einzelheiten, die ich euch in den jeweiligen Uhrenvideos vorstellen möchte. Und dazu möchte ich kurz sagen, ich habe in meinem Community-Tab eine Umfrage gemacht, welche Uhr ihr denn als erstes sehen möchtet. Und am Anfang sah es ziemlich klar aus, dass ihr die Cameo, das heißt die rechteckige Uhr sehen wollt, die auch immer noch führt, aber lange nicht mehr so klar. Dann, was mich persönlich wirklich überrascht hat, dass ihr die Klassik Rot als zweites sehen möchtet und als drittes die CGK 204 Kurare. Ich hätte nach meiner ersten Schätzung eigentlich erwartet, dass die Kurare mindestens auf dem zweiten, wenn nicht sogar auf dem ersten Platz landet. Aber ich richte mich dann nach euren Wünschen. Die Videos werden so ausgestrahlt, wie ihr es festlegt, bis kurz vor der Ausstrahlung des ersten Videos. Die Cameo, die ich euch zeigen werde, ist eine für mich hochinteressante Uhr, kostet 1510 Euro, hat ein Saphir-Glas, das wirklich rechteckig ist und so mit dem Gehäuse verbunden ist, dass es dicht ist und zwar bis 100 Meter, was bei rechteckigen Uhren nicht häufig anzutreffen ist. Auch der Schliff des Saphir-Glases ist außergewöhnlich, aber alles das möchte ich euch in dem detaillierten Video erläutern und nicht jetzt schon. Ich möchte da nicht zu viel spoilern. Die Klassik Rot und die Kurare sehen auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich aus. Wenn man aber genau hinguckt, sieht man, dass das Werk ein ganz anderes ist und die Kurare deutlich mehr Funktionen hat. Spannend! Und auch das werde ich euch selbstverständlich in den detaillierten Videos im Detail zeigen und erklären. Bei den Uhren, die ich habe, ist leider keines mit Stahlband dabei, aber vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, das noch einmal nachzureichen, denn die Stahlbänder sehen auch sehr interessant aus, insbesondere die mit Gehäuseintegration. Also das ist ein Versprechen, wäre zu viel. Es ist eine Hoffnung, die ich äußere, dass ich dazu vielleicht noch mal ein Video nachreichen kann. Die verbauten Werke in den Uhren sind alles Uhren von Namen und mit Historie, verlässlich, robust, gut einregulierbar und werden von Tension auch verziert und teilweise auch mit eigenen Funktionen aufgerüstet. Verbaut werden in der Regel ETA-Werke oder Valjoux-Werke. Ich kann nicht sagen, was in jeder einzelnen Uhr ist, aber es ist auch hier nichts Billiges verbaut. Jetzt habe ich gesagt, dass die Uhren streng nach der Informationspyramide aufgebaut sind. Die Funktion steht im Vordergrund, klare Ablesbarkeit und nichts soll davon ablenken. Und wenn man dann sich die Uhren einmal anschaut und auch auf der Webseite sieht, sieht man, dass auf der Krone und auf den Drückern Cabochon-Perlen verbaut sind, die, sagen wir es mal vorsichtig, für die Zeitanzeige und die Bedienung der Uhr weitgehend funktionslos sind und in der Tat wirklich nur ein optisches Element. Und an dem Punkt finde ich es sehr gut, dass Tempcion sagt, unsere Uhren sollen klar, einfach und gut ablesbar sein, aber sie sollen auch Spaß machen und nicht steril wirken. Und darum finde ich so kleine Akzente wirklich gut, die die Uhr etwas aufwerten und auch vom Design her interessant machen, schön anzugucken, ohne die Ablesbarkeit zu reduzieren. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Klaus Ulbricht, der Gründer und aktuelle Geschäftsführer von Tempcion, ist von Hause aus ein Ingenieur, Diplom-Ingenieur und hat sich auch mit dem Uhrenbau sehr lange beschäftigt, bevor er die Marke gegründet hat. Und ich finde, das merkt man der Marke an, dass es eine Marke ist von jemandem, der sich auskennt, der von der technischen Seite kommt, der sehr nüchtern da dran geht, ohne aber das Herzblut und die Leidenschaft vermissen zu lassen. Tension baut im Jahr ungefähr 700 Uhren, das ist nicht sehr viel und deshalb trifft man die Marke auch nicht so häufig an. Sie gibt es jetzt seit 23 oder 24 Jahren am Markt. Bei 700 Uhren kann man sich ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, eine solche Uhr am Arm seines Nachbarn oder seines Kollegen oder seines Freundes zu finden. Es ist also in gewisser Weise schon ein relativ exklusiver Club von Leuten, die sich sehr bewusst für diese Marke entscheiden, denn viel Werbung habe ich nicht gesehen, obwohl die Uhren, die ich gesehen habe, wirklich gut und wirklich klasse waren und ich mich sehr darauf freue, euch diese Uhren im Detail zeigen zu können. Es gibt unterschiedlichste Produktlinien, die ich euch im Laufe des Videos beispielhaft immer mal eingeblendet habe. Ansonsten kommen jetzt in den nächsten Wochen die Uhren, die ich bekommen habe, im Detailvideo und zwar die Cameo, die Klassik Rot und die CGK204 Kurare. Ich freue mich wie Bolle drauf, ich hoffe ihr auch. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht die ein oder andere Uhr noch etwas genauer im Detail sehen möchtet. Vielleicht lässt sich das ja arrangieren. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Bis dahin, tschüss, euer Axel.